Mahlzeit! Der Chat geht wieder ab, Alter. Ist vorbei, Junge. Ist vorbei, Alter. Ist vorbei. Feinster Schmaus. Das Geilste ist, wenn das an der Kante so richtig angetrocknet ist und du die ganzen Brocken dann in dich reinschlinkst, Mann. Soll ich den Käsetipp eigentlich pur essen? Schmeckt auf jeden Fall, oder? Na, pur ist immer geil. Was trinkst du denn dazu? Alles mögliche. Auf tach, Bruder. Ich hab gekleckert. Jawoll. Oh, das nächste Lied ist auch was ganz Feines. Du weißt genau, ich werde schwach, wenn du's mir von hinten machst. Mach's mir Doggy, mach's mir Doggy, mach's mir Doggy. Mach's mir Doggy, mach's mir Doggy, mach's mir Doggy. Big Axel. Big Axel. The one and only. Man's not hot. Never hot. Scrap. Scrap. Skitty cut cut. Boom. Two plus two is four. Minus one, that's three quick best. Everyday man's on the block. Smoke trees. See your girl in the park. That girl is the Arcus. When the thing went quack quack quack. Human wood ducky. Hotel Assmi. He's got a Pompey. Hotel my man. He's got a Frisbee. Ich trappe, trappe, trappe auf der Phone Oven der Cornflakes Rice Krispies Whole time I go with me On the road doing ten toes? Lama toes! You mein Tod, I froze! I see a pangold in a pose! Is she and on it a ghost! Ha! Look at your nose! You donut? Nose long like gun holes! I tell a man's not hot! I tell a man's not hot! Feel my Haut lappen! Feel my Haut lappen! Und so Opa arm! Ehrenmann Bruder! Ehrenmann dieser Murat! Saufen! Saufen! Morgens, Mittags, Abends! Ich will saufen! Muss laufen! Morgens, Mittags, Abends! Er muss laufen! Saufen! Morgens, Mittags, Abends! Wir wollen saufen! Ich kann schon wieder laufen! Morgens, wieder laufen! Saufen! 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 Ach, komm! Steh mal auf und zeig uns deinen Beats! Ey, den kannst du dir auch im Sitzen zeigen, Mann! Ja? Mein Bizeps ist richtig on-flick, Wunder! Ja? Wenn du jetzt guckst, also wenn ich so Brustmuskel anspanne, ja? Ja? Ja, so Brustmuskel, danke für den Euro, Mann! Ja? Brustmuskel ist schon stabil am Start, ja? Ach, komm! 25 Euro, als ob, Mann! 50 Klatscher in 50 Sekunden, ne? Also diese Challenge nehme ich offiziell an, ja? Da kann auch keiner was sagen, und zwar, ich werde jetzt noch kurz einen Schluck Energy Bier trinken, damit ich auch genug Energie habe für diese Challenge. Und... Ach, gar nicht! Hör auf, Mann! Das sind 50 Wappenklatscher! In 50 Sekunden, Mann! Du 25 und dein Kollege 25... Ey, das kann ich nicht bringen, Mann! Ich mach das beidhändig, weil es ist einfacher, ja? Also 50 Stück, Mann! Ach, Bruder, ich hab gerade 50 Stück gemacht, Mann! Ich hab das gehört! Ich hab wirklich 50 Stück! Ich hab mich... Ey, ich bin richtig sportlich, Mann, ja? Ich hab das richtig schnell gemacht! Ja, ich hab... Ich hab mich richtig... Meine Hände tun weh! Hartz, Bier und der Tag gehört hier! Dankeschön für den 2, Mann! Pizza und Bier! Hartz, Bier und der Tag gehört hier! Das gefällt mir! Dankeschön für den Euro, Mann! Und auch kein Mindestlohn! Denn Arbeit, die harte ist schon! Urlaub das ganze Jahr! Und abends schön am Kiosk, da brauch ich keine Bar! Hartz, Bier und der Tag gehört hier! Den ganzen Tag Pizza und Bier! Für deine Donation, Mann! Ich geh an die Bar! Alp, was seh ich da? Ein frisch gezapftes Pilz und zwei Weißen stehen da! Der Kellner spricht mich an und macht ein Angebot! Es kommt schon aus dem Hahn und nennt sich Flüssigbrot! Saufen! Saufen! Morgens, Mittags, Abends, ich will saufen! Der Hahn muss laufen! Morgens, Mittags, Abends, er muss laufen! Hauptsache Alkohol! Saufen! Saufen! Morgens, Mittags, Abends, ich will saufen! Denn ich kann schon wieder laufen! Ich kann schon wieder laufen! Saufen! 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 Bis die Sonne wieder lacht! Saufen! 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 Ich muss sagen, deine Katzen sind genauso krass drauf wie meine Katzen! Weil wenn ich mich ins Bett lege, dann dauert das 20 Minuten und dann werde ich von meinen Katzen penetriert, weil die mit mir Sex haben wollen und sich auf mich drauflegen, Mann! Ja, die wollen richtig schön Sex mit mir haben! Und das stört mich, weil der Paul, der Paul, das ist ein Männlein, weißt du? Der bekommt immer so eine kleine rosa Latte und das ekelt mich einfach so! Weißt du, was ich meine? Nicht, dass er kann saufen! Morgens, Mittags, Abends, ich will saufen! Der Hahn muss laufen! Morgens, Mittags, Abends, er muss laufen! Hauptsache Alkohol! Das ist ja richtig! Ich bin richtig so im Trappend-Rave-Modus, Mann! So richtig Raven, Junge! Raven! Ich muss richtig pissen gerade! Also ich habe gerade richtig Druck auf der Leitung! Und ich glaube, wenn ich jetzt nicht direkt pinkeln gehe, dann werde ich mir die Hose machen, ja? Deswegen, hör auf zu spenden, ne? Ich werde das deaktivieren! Ja, ich bin gleich wieder da! Ich muss mal ganz kurz auf der Leiter, Alter! Ja? Ja? Oh je, 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 je! Ja? Ich, ich muss, ich muss, ich muss putzen! Ich gehe auf die Toilette! Bis gleich, Mann! Was? Morgen komme ich hier jetzt! Danke für die Donation, Alter, ja? Danke für die Donation! Bis gleich, Mann, ja? Bis gleich! Bis gleich! Ich muss pissen, ja? Bis, bis gleich, Mann! Bruder, bis gleich! Du hast nichts mehr spenden jetzt, Alter! Ist vorbei! Oh fuck, Alter! Oh fuck, Alter! Das gefällt mir! Das gefällt mir! Und der Tag gehört dir! Ja? Die ganzen Tag Pizza und Bier! Hartz 4 und der Tag gehört dir! Das gefällt mir! Bis gleich,ertal! Das gefällt mir! Bis gleich! Bis gleich, часов, bis gleich... Bis zum nächsten Mal.